Vom 23. bis 26. Februar 2022 findet der Krebskongress hier in Berlin statt. Ich freue mich, wenn Sie abstrakt aus der Grundlagenforschung, transnationalen Forschung und klinischen Forschung inklusive der klinischen Studien hier im Rahmen des wissenschaftlichen Programms einreichen. Wir werden es hier gemeinsam diskutieren, was ist die Innovation für unsere Patientinnen und Patienten und was werden wir in neue Therapieformen überführen. Ich freue mich ganz besonders, wenn die operativ tätigen Disziplinen einen Fokus auch auf diesen Krebskongress legen und das Beste Ihrer Forschung hier einreichen, um es gemeinsam mit unseren Partnern aus den anderen Fächern kritisch zu diskutieren. Reichen Sie Ihre Abstracts bis zum 31. August ein.